Ja, Mario, schön, dass du hier bei uns bist. Ich wollte mich mit dir mal unterhalten. Wir haben ja aktuell auch sehr, sehr viele neue Kontoeröffnungen und sehr, sehr viele neue Kunden, die jetzt mit dem Thema Börse sich noch nicht so lange beschäftigt haben. Was würdest du den Börseneinsteigern raten? Wie sollten sie an das Thema rangehen? Also ich glaube, man muss erstmal unterscheiden, ob man Trader ist oder Investor. Also was möchte ich? Habe ich einen langen Anlagehorizont oder möchte ich eher das schnelle Geld machen? Aber grundsätzlich ist natürlich erstmal wichtig, dass man sich erstmal gut informiert, was will ich eigentlich machen? Und dazu dienen natürlich die vielen Webinare, die ihr natürlich auch anbietet, um einfach erstmal einen Überblick zu bekommen, was wirklich wichtig ist und nicht einfach so drauflos handeln, weil das bringt meistens dann ganz schnelle Verluste. Vielleicht sogar erstmal im Demo-Modus so die ersten fünf bis zehn Trades zu machen, um erstmal die Software kennenzulernen und auch mal seine eigenen Emotionen mal kennenzulernen, egal ob jetzt als Trader oder als Investor. Okay. Und viele Kunden steigen ja auch neu ein und sind vielleicht auch von der Produktvielfalt, die wir anbieten, vielleicht überfordert. Würdest du sagen, ja, alles mal ausprobieren oder eher vielleicht erstmal bei Aktien bleiben oder was wären da deine Tipps? Also das hören wir auch immer wieder, dass die Kunden natürlich sagen, ist natürlich ein Riesenvorteil, dass man alles handeln kann, was man möchte. Ich glaube, aber es ist ganz gut, wenn man sich tatsächlich spezialisiert. Vielleicht tatsächlich in der Anfangsphase zu schauen, okay, ich möchte vielleicht erstmal nur Aktien handeln oder Optionen, dass man da schaut, wo habe ich eigentlich auch mehr Spaß dran, weil am Ende, glaube ich, kommt der Erfolg tatsächlich über den Spaß. Wenn man sagt, okay, der Aktienhandel, das ist ja meins, ich mache das seit über 25 Jahren, ich kenne mich super aus in dem Metier, ich möchte auch gar nicht viel anderes machen. Natürlich schaue ich auch mal links und rechts, was geht. Wir haben auch heute ja schon über Optionen gesprochen, aber es ist halt nicht mein Hauptgeschäft. Ich möchte lieber mit Aktien agieren, weil ich da sehr schnell rein kann und auch sehr schnell raus und ich glaube, das muss jeder Kunde für sich selber auch schauen. Wo habe ich wirklich Spaß dran? Ja, jeder ist ja auch von der Persönlichkeit anders. Ich meine, nicht jeder, der vielleicht Daytrading bevorzugt, für den ist das ja vielleicht auch geeignet. Also jeder, der von der Persönlichkeit irgendwie vielleicht auch anders gestrickt ist, ist dann vielleicht auch eher der Langfristinvestor. Genau, also das habe ich auch bei mir selber kennengelernt. Ich habe ja 96 angefangen zu handeln, habe reines Daytrading im Minutenchart gemacht und erst gut zehn Jahre später angefangen, als Investor zu arbeiten. So lange hat es tatsächlich gebraucht, weil ich Riesenschwierigkeiten hatte, Positionen über Nacht mitzunehmen, weil ich immer Angst hatte, die Welt könnte untergehen in der Zeit, wo ich in Aktienpositionen stecke. Das hat sich jetzt gelegt zwischenzeitlich, aber ich weiß, dass ich am Anfang auch da wirklich Schwierigkeiten hatte und so ist natürlich jeder von uns unterschiedlich auch gepoolt. Aber Investor ist schon ein bisschen, also das Investorendasein ist ein bisschen entspannter als das stressige Daytrading. Auf jeden Fall. Also man muss das, glaube ich, man kann das so ein bisschen unterscheiden, dass beim Daytrading muss man eigentlich mehr oder weniger jeden Tag am Ball sein, gerade auch, wenn man richtig große Renditen machen möchte. Als Investor ist der zeitliche Aufwand, je nachdem, ja ich sage mal so zwischen einer Stunde im Monat und vielleicht maximal fünf, je nachdem, was man machen möchte. Und die Renditen können ja trotzdem zweistellig sein. Also von daher finde ich, ist das vollkommen ausreichend. Ja, ich meine klar, wenn man sich jetzt ein Nasdaq ETF kauft und den langfristig liegen lässt, ich glaube, da waren die Renditen in den letzten Jahren nicht schlecht. Genau, also es kommt halt immer auf den Anlagehorizont an. Und ich glaube, langfristig gesehen, wenn man gar nichts anderes machen möchte, ist tatsächlich bei Enthold im Nasdaq beispielsweise oder auch im MCI World eine gute Möglichkeit. Und wenn man es ein bisschen spannender haben möchte, dann schaut man halt auf einzelne Titel drauf, zum Beispiel Tesla oder überhaupt diese ganzen Aktien, die immer sehr gefragt sind, wie eine Amazon, wie eine Apple. Da macht man, glaube ich, grundsätzlich nicht wie verkehrt. Ja, und da hast du ja auch deine eigenen Strategien, also dein eigenes Screening, deine eigene Marktvorbereitung, was du ja auch schon in vielen Webinaren mit uns gemeinsam halt gezeigt hast. Ja, das ist immer so der große Unterschied. Also wenn ich sage, ich will nur 10, 12 Prozent im Jahr machen, dann kann man das wirklich mit sehr einfachen Strategien machen. Wenn man sagt, man möchte sich mit Aktien auseinandersetzen, da ist, glaube ich, das Screening und das Momentum wirklich ein wichtiger Punkt, dass man dann wirklich schaut, okay, wie finde ich denn die Aktien, die eigentlich ja jetzt gerade angesagt sind und wie kann ich dann schnell mal 10, 20, 30 Prozent vielleicht auch in den nächsten Wochen mitnehmen. Das kann man lernen, braucht natürlich ein bisschen Zeit, aber wenn man das erstmal raus hat, dann macht es natürlich auch Spaß. Ist denn bei dir das Screening jetzt, wenn du eine Aktie heraussuchst, die du langfristig kaufen möchtest, anders als das Screening, wo du sagst, ich möchte jetzt nur einen Swing für die nächsten paar Tage mitnehmen? Ja, ist tatsächlich so. Wenn das ein sehr kurzfristiger Trade ist, schaue ich tatsächlich absolut nur auf das Momentum, was dahinter ist. Bei anderen Aktien schaue ich zum Beispiel, wie viele Short-Seller gibt es in dieser Aktie oder gibt es eine bestimmte Nachricht dahinter, die die Aktie vielleicht die nächsten drei, vier, fünf Monate sogar nach oben treiben könnte. Okay. Ja, danke Mario. Erstmal für die spontanen Infos, für die Fragen, die ich hatte. Ja, ich denke, es ist für viele Neuankömmlinge an der Börse auch sehr, sehr interessant, welche Möglichkeiten es halt gibt. Ja, also wir arbeiten ja mit Mario schon sehr, sehr lange zusammen und bieten auch immer wieder regelmäßig Webinare an und freuen uns, dass wir da so einen sympathischen und auch so einen erfolgreichen Partner haben. Ja, vielen Dank, Andreas. Ja, vielen Dank.